Willkommen Leute zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Herzlich Willkommen Leute. Und heute Leute grüße ich erstmal ganz kurz zu Anfang den lieben Peter. Wenn auch du mal im Video gegrüßt werden möchtest, schreib einfach Hashtag PetArmy in die Kommentare. Liken und abonnieren auch nicht vergessen. Und jetzt Leute, ganz viel Spaß beim Video, denn es wird heute richtig lustig. Wir sind ja jetzt hier der neue Besitzer von dieser großen, großen Villa. Und ja, falls ihr das letzte Video gesehen habt, wisst ihr, dass wir ein bisschen mit der Polizei zu kämpfen hatten. Denn die Polizei wollte uns nicht erlauben, dass wir dieses Haus hier ausrauben. Und die Polizei wollte uns auch recht nicht erlauben, dass wir halt hier leben. Und deshalb haben wir die Polizei jetzt abgeschüttelt und deshalb können wir jetzt erstmal hier leben. Denn die Polizei ist weg und jetzt können wir das Haus erstmal einnehmen. Aber wir müssen ein paar Sachen erledigen, denn ich habe hier eine ganz komische Sache gefunden. Und zwar ein, wie soll ich sagen, ein Loch, beziehungsweise zwei Löcher. Ein Loch soll angeblich richtig sein, das andere soll falsch sein. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ganz schnell dorthin. Und ja, wie gesagt, das hier ist das Haus von den Ritchies. Da sind wir ja in der letzten Folge eingebrochen, beziehungsweise im letzten Video. Leute, schaut euch das Haus mal an. Das ist doch unglaublich. Also so ein Haus zu haben, das ist doch wirklich ein Traum. Wie groß das Haus besonders ist und habt ihr schon den Pool gesehen? Also ich denke mal schon. Und mir fällt gerade auf, ich muss mal ganz kurz was zu essen holen, sonst verhungere ich hier. Und das möchte ich natürlich nicht. So, ich gehe mal ganz kurz hier an die Kiste. Zack, ein Goldapfel. Den nehmen wir uns mit. So, ein bisschen was essen. Jam, 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 jam. Wir machen nochmal ganz kurz hier so eine kleine Roomtour. Also wie gesagt, hier ist halt der Wohnbereich. So sieht der Wohnbereich aus. Wir können hier auch nach oben gehen. Haben ein kleines Schlafzimmer. Hier natürlich Kronleuchter und sowas. Darf alles auch nicht fehlen. So, dann gehen wir mal ganz kurz hier durch. Hier haben wir auch noch einen schönen Gang. Hier haben wir dann so einen Lagerraum. Hier haben wir eine Küche. Wir haben hier, ja, wie kann man das hier nennen? So einen kleinen Whirlpool. Eine kleine Dusche. Also richtig, richtig coole Sachen haben wir hier, Leute. Besonders dieser Tisch sieht auch mega cool aus. Gefällt mir richtig gut. Ja, und wenn man dann rausgeht, dann fängt es erst richtig an. Denn wir haben einmal hier einen Pool. Wir haben hier auch noch einen Pool. Wir haben hier vorne einen Pool. Und das ist unfassbar, Leute. Es ist wirklich unfassbar, Leute, was das für ein Haus ist. Ja, und da wir hier alle gebrochen sind, wohnen wir jetzt hier. Hä? Und die Polizei hat uns ja auch nicht erwischt. So, aber Leute, was wir erstmal brauchen oder wohin wir jetzt gehen wollten, ist einmal zu diesem komischen Loch. Es gab da zwei Löcher. Und ich habe keine Ahnung, was diese Löcher mir sagen sollen. Denn sie sind einfach aufgetaucht. Und ein Loch soll wohl richtig sein. Das andere soll wohl falsch sein. Und wow, da sind sie ja schon. Ich wäre fast reingerannt, Leute. Das wäre ja überhaupt nicht gut gewesen. So, hier haben wir die zwei Löcher. Ich habe keine Ahnung, was das für Löcher sind. Aber Fakt ist, wir müssen erstmal Baumaterial holen, um dort irgendwie runterzukommen. Sonst kommen wir ja gar nicht nach unten. Und das ist ja natürlich überhaupt nicht gut. So, deshalb, Leute, habe ich schon eine kleine Kiste vorbereitet. Und ja, da haben wir sie. Genau, da haben wir die Kiste. So, zack, zack, einmal alles mitnehmen. Wir haben da ein paar Kisten. Wir können uns mit Kisten runterbauen, Leute. Das machen wir einfach mal. Also sparen wir jede Menge Zeit. Aber ein bisschen Holz würde ich auch noch gerne mitnehmen. Weil man weiß ja nie, kann ja sein, dass man noch Holz benötigt. Und deshalb, ja, ein bisschen Holz mitnehmen. Sollte auf jeden Fall schon drin sein. So, einmal hier alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Perfekt, Leute, auf jeden Fall. Das sieht auch sehr schön aus. So, hier, sehr schön, Leute. Sehr schön, so gefällt mir das auf jeden Fall. Und ja, ich mache mal ganz kurz hier Holz hin. Perfekt, hier haben wir auch noch ein bisschen Holz. Wir verarbeiten das Holz natürlich auch weiter. Und, so, ich denke mal, das sollte jetzt aber jedenfalls genügen. Perfekt, so. Und einmal weg damit. So, und jetzt ist natürlich die Frage, welches Loch ist richtig? Welches Loch ist falsch? So, wir schauen mal ganz kurz runter. Hm, sehen wir irgendwelche Hinweise hier? Eigentlich eher weniger, würde ich sagen, oder? Sehen wir was? Oh, Moment mal, da sehe ich Schilder. Da sehe ich eine, was sehe ich da? Da sehe ich eine Tür. Mhm, 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 mhm. Leute, jetzt stellt sich natürlich die Frage aller Fragen. Was nehmen wir? Rechts oder links? Die Kuh ist auf der linken Seite. Und Mut. Ob das ein gutes Zeichen ist? Ich weiß ja nicht. Sag mal, Kuh, ist die linke Seite richtig? Ist die linke Seite falsch? Warte mal. Ist die linke Seite... Kuh! Kuh! Okay. Ist die linke Seite falsch? Chicken? Chicken! Okay. Ja. Ich glaube, die linke Seite könnte falsch sein, Leute. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall auf... Ja, die rechte Seite nehmen. Komm, machen wir einfach mal. Wir bauen uns mit Kisten runter, Leute. Das habe ich ja noch nie gemacht, sowas Verrücktes. So, dann bauen wir uns erstmal mit Kisten hier runter. So. Einfach mal alle mitnehmen, die man... Beziehungsweise alle Kisten verbauen, die wir jetzt haben. Also, es ist eine gefährliche Angelegenheit. Wir müssen es einmal verbauen und dann sind wir Schnee von gestern, Leute. Deswegen müssen wir definitiv aufpassen, dass wir keinen falschen Schritt gehen. Oh nein, jetzt habe ich einmal mich verbaut. So, dann geht es weiter hier. Weiter, weiter, weiter. Immer weiter nach unten. So. Perfekt, Leute. Perfekt, perfekt, perfekt. So. Also, mit den Kisten kommen wir einigermaßen weit. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob wir ganz nach unten kommen. Äh, ja. Werden wir ja gleich sehen, ob wir ganz nach unten kommen. Wäre aber eine coole Sache, wenn ich nach unten komme mit Kisten. Dann haben wir das Holz noch für uns übrig und können damit irgendwas cooles bauen. Man weiß ja nie. So, dann zack. Und, ich glaube doch, wir sollten mit den Kisten tatsächlich nach unten kommen, Leute. Okay, das ist doch eine coole Nachricht. Jetzt können wir auch gar nicht mehr sterben. Leute, schaut euch das an. Sieht das nicht total verrückt aus? Also, wenn das nicht verrückt ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Naja, halb so wild. So, wir sind nicht gestorben und jetzt ist dort diese Tür. Ich hoffe, dass wir nicht sterben werden, Leute. Ich stelle mich schon mal hier drauf und... Oh nein. Aber eine Kiste ist dort. Ich denke nicht, dass uns jetzt der Boden entrissen wird. Deswegen, ich öffne einfach mal die Tür und wir schauen, was uns hier erwartet. Drei, zwei, eins. Wow. Nee, es passiert nichts. Okay. Und... Wow, wir haben richtig viele Diamantblöcke, Leute. Mega viele Diamantblöcke. Hm, okay. Kann es sein, dass wir mit diesen Diamantblöcken die Villa noch ein bisschen aufpeppen sollen? Ein bisschen aufbessern sollen? Kann das sein, Leute? Ich schätze schon. Ich schätze schon. Und ich würde sagen, das machen wir einfach mal. Jetzt haben wir nochmal jede Menge Diamant... Wow. Jede Menge Diamantblöcke. Und mit diesen Diamantblöcken verschönern wir auf jeden Fall nochmal unsere wunderschöne Villa, Leute. Ich sage jetzt schon unsere Villa, da wir sie ja ausgeraubt haben. Und da... Ich finde, man kann schon fast sein, dass es unsere Villa ist. Doch, finde ich schon. So, dann würde ich sagen, Leute. Wir bauen vielleicht auf dem Dach noch so einen Diamantbunker hin. So einen Diamantbunker aufs Dach. Ja, ich denke, das ist ganz cool. So, ich muss einmal ganz kurz hier irgendwie hochkommen aufs Dach. Es gibt wahrscheinlich noch einen anderen Weg. Aber, Leute, den kenne ich leider nicht, weil ich hier noch nicht offiziell wohne. Also, eigentlich schon. Ihr wisst, wie ich das meine. Aber ich kenne mich hier noch nicht perfekt aus. So. Mhm, mhm. Aua. Mhm. Das sieht doch schon mal ganz interessant aus, Leute, würde ich behaupten, oder? Ja, 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 doch. Dann würde ich sagen, machen wir einfach hier diesen wunderschönen Diamantbunker hin. Oder? Ist das der richtige Platz? Ah, wir hätten auch hier hochlaufen können, sehe ich gerade. Oder wir bauen den Diamantbunker hier mitten in die Mitte hin. Ich würde sagen, das ist doch besser, oder? Der Diamantbunker, komm, zack, 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 zack. Wir müssen nur ein bisschen Platz lassen, damit wir hier auch noch eine Tür reinpacken können. So. Ich denke, so ein Diamantbunker, der ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So, das bauen wir einfach mal alles ab hier, weg damit. Das ist, glaube ich, ein Grill. Aber wir haben sowieso zu Hause noch einen Grill. Wir haben eine riesengroße Küche. Das ist doch gar kein Problem. Wir haben genug Grillmöglichkeiten. Das ist jetzt nicht so wichtig. So, hier einmal. Zack. Dann haben wir gleich auch schon diesen wunderschönen Diamantbunker gebaut. Ich lasse aber den Boden aufs Holz, glaube ich, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Oder ich denke, das ist ganz gut. Leute, was sagt ihr dazu? Ich denke, das ist ganz gut, wenn wir noch, äh, ja, das zumindest so haben im Holzteil. Und, äh, ja. So, zack, hier nochmal ein bisschen. Und das sieht jetzt ein bisschen aus wie so ein Klotz. Das sehe ich auch ein. Aber, Leute, es ist ja auch ein Diamantbunker. Wir können theoretisch, Moment, Moment, Moment. Was wir noch machen können, hm. Ja, wir können das so ein bisschen dachmäßig machen. Indem wir hier, zack, das noch so machen. So. Ja, ja, genau, so kann man das, denke ich, machen. So sieht das, denke ich, ganz okay aus. Ja, ja, doch, 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 doch. Das gefällt mir auf jeden Fall. So. Und, äh, hier auch nochmal, zack. Hier ein bisschen höher. Hier auch ein bisschen höher. Und das machen wir jetzt noch auf der anderen Seite. Und dann haben wir schon eine wunderschöne, einen wunderschönen Diamantbunker, Leute. Und in diesem Diamantbunker werden wir dann auch unsere Diamanten lagern, die wir dann aus dieser Schlucht bekommen haben. So. Dann einmal hier hoch. Zack, 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 zack. Und dann haben wir jetzt hier diesen Diamantbunker. Aua! Diamantbunker fertig. Äh, ich komme da nicht dran, Mist. So, zack. Dann haben wir hier, hier fehlt natürlich noch die Tür. Moment, hier machen wir die Tür hin. Genau. Perfekt. Vielleicht lassen wir das Dach noch so ein bisschen überstehen. Ich glaube, das sieht noch ein paar Ticken schöner aus. Und hier, zack, 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 zack. So, sieht perfekt aus, Leute, würde ich sagen, oder? Was sagt ihr dazu, Leute? Ich finde, das sieht mega cool aus. Jetzt packen wir hier noch die Kiste hin. Packen die ganzen Diamantblöcke auch noch dort rein. Damit ich immer weiß, wo ich jetzt die Diamanten finden kann. So, perfekt, Leute. Perfekt, perfekt, perfekt. Finde ich cool. Schaut euch das mal an. Ja, kann man es nicht lassen, würde ich sagen. Leute, was findet ihr, oder was haltet ihr von dieser, von diesem Diamantbunker? Schön oder nicht schön? Schreibt es in die Kommentare, Leute. Und ja, checkt auch meinen Fortnite-Kanal aus. Link in der Beschreibung. Meinen zweiten Kanal aus, den Kanal CPad. Der Roblox-Kanal. Würde mich tierisch freuen. Abonniert diesen Kanal. Hashtag PetArmy in die Kommentare schreiben. Damit auch du mal gegrüßt wirst. Und ja, Leute. Das wär's vom Video gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dann. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute.